Hallöchen, meine lieben Freunde alle zusammen. Willkommen wieder bei The Division. Wir haben das letzte Mal aufgehört. Waren wir das letzte Mal aufgehört? Jetzt müsste ich aber lüre und rade. Naja, auf jeden Fall hier irgendwo. Ich hatte vor, mich jetzt hier diesmal noch um diese 1, 2, 3 kleinen Missionchen zu kümmern. Wäre einmal hier für den Gesundheitsflügel und nochmal für den Gesundheitsflügel und nochmal was für den Techflügel. Dass wir die 3 Missionen jetzt gerade noch abschließen. Sollte alles in einem kein Problem sein. Gegnerstufe etc. pp. passt alles mit uns überein. Von daher klären wir das Ganze hier erstmal. Ja, ja, halt die Geusch. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder hinlaufen. Ähm, und danach übrigens hatte ich vor. Also ich meine, nein, hier ist ja auch noch ein kleiner Nebeneinsatz. Ha, das ist ja ein Ding. Oh, der bringt so richtig FTP. Hm. Ne, danach machen wir mal das Gebiet hier noch fertig. Die ganzen kleinen Scheiß-Missionen. Und dann gucken wir mal für welches Level, äh, für welches Gebiet sich unser Level so als nächstes eignet. Ähm, wird auf jeden Fall mal schon schief gehen, denke ich mal. Ähm, das war noch nicht alles. Ist denn da irgendwo gehe ich, ne? Boing. Ähm. Ach, da sitzen sie. Ihr Feischlinge. Euch mache ich platt. Äh. Wow. Irgendwo macht ihr ganz schön Damage. Alter Typ, du gehörst hier nicht her. So, schön, dass ich das Auto durchschießen. Auch wenn ich mir gerade herzlich wenig Schaden mache. Treffe ich ihn überhaupt? Ne, wahrscheinlich nicht, gell? Ah ja, guck mal. Er kommt vorgelaufen. Das ist aber lieb von dir. So, dann können wir jetzt auch in aller Ruhe weiter. Äh, da ist noch was zum Einsammeln. Ach, ne, so ein verlorenes Agenten-Feeling. Das mache ich jetzt nicht. Ähm, da wird uns auf dem Boden... Ich weiß gar nicht, ob wir so ein Ding schon mal hatten. Ähm, wird uns auf dem Boden angezeigt, in welche Richtung wir laufen müssen, etc. pp. Äh, hab ich jetzt gerade herzlich wenig Lust zu... Verstecken wir uns mal ein bisschen. Ey, Aldo! Bist du behindert? JTS Priorität. Cleaner-Zeiten-Zivilisten im Revier 26. West gefangen. Alle verfügbaren Einheiten ausrücken. Sofort! Jo, jo, Meister. Zack. Du bist down. Halt du, was gehst du dir hier denn gerade schon dabei, ja? Wo schießt du noch Gott auf mich? Einer von meinen? Oder bist du das, der hier beballert? Ja, scheint er gewesen zu sein. So. War das schon mal erledigt? Machen wir dennoch von einem Präsent. Ach, da oben! Hey, denai! Na, komm! Zeigt euch, ihr kleinen Muschi-Leckerle, ihr! Uuuh! Oder nicht so viel auf einmal! So, haben wir den schon mal? Oh! Uiuiui! Jetzt werdet ihr hier aber übermütig. So, du bist schon mal so gut wie tot. Zack! Ich wiederhole, äh, berichtige, du bist tot. Ja, jetzt können wir auch einfach ein, zwei gezielte Schüsse auf die Flasche hinten machen. Aber, dann wäre das Ganze etwas zu langweilig. So, was haben wir hier zum Einsammeln? Hm, haben schon eingesammelt, okay. Was hast du hier noch fallen lassen? Irgendeinem komischen Waffenteile. Auch in Ordnung. Uuuh, warten wir hier noch. Ah, sieht das so aus, als müssen wir hier rein. Und? Geiseln schon gerettet? Ah, wäre auch zu einfach. So, was haben wir hier? Öh, einsammeln. Ah, okay. Das ist hier in der Zelle. Wenn das eine Zelle sein soll. Geil, der Schlüssel in der Zelle versteckt. Ha! Wer hätte das gedacht? So, Leute. Ihr seid gerettet. Nennt mich Chiro. Ähm. Gut, das wäre der eine Auftrag schon mal gewesen. Dann kümmern wir uns doch gerade direkt hier unten um den nächsten. Boah, ist zwar eine widerliche Lauferei jetzt hier runter. Aber nun gut. Watt muttert Mut. Sind hier noch Gegner? Oder was hat mir der jetzt gerade angezeigt? Ah. Vielleicht nur Anzeigefehler oder sowas. Öh, läufst du wohl? So, jetzt können wir hier vielleicht auch gerade auf dem Weg unseren Agenten mitnehmen. Ah, ne. Der ist vermutlich da unten drin. Na? Ah. Selbstverständlich ist er hier unten drin. Aber jetzt sind wir gerade hier. Jetzt können wir den auch gerade mitnehmen. Haben wir ein Anzeigefeld übersehen? Nö. Haben wir nicht. Irgendwie hier unten muss da noch was sein. Haben wir weit genug durchlaufen? Ah, sieh mal an. Da geht's noch weiter. Lass mich raten. Oh ja, wer hätte das gedacht? Und ja, ich habe jetzt trotzdem gewartet. Nur um sicher zu gehen, bevor wir hier irgendwie 10.000 Mal in eine falsche Richtung laufen. So. Haben wir das Ding auch eingesammelt. Kann uns keiner vorwerfen. Wir würden hier irgendwas vernachlässigen. Ähm. Genau, da geht's raus. So. Äh. Ist bestimmt auch aufgefallen. Dass ich mit Horizon angefangen habe. Mit dem Game. Mir fehlen die Worte. Äh. Wird also jetzt, wenn ich das Ganze so packe. Was geht ab? Alles immer schön abwechselnd hochgeladen werden. Na? Oh. Oh. Ich hab irgendwie mehr damit erwartet. Okay. Nehmen wir das hier mal zur Hand. Äh. Dupidu. 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 Au. Könntet ihr mal aufhören, mich zu treffen? Uh. Au. 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 Guck mal. Gehen wir mal hier hinter. So. Du bist tot. Oh. Fuck. Hey. Uncool. 118 Meter entfernt. Ich glaube es hackt. Na. Ich hab mich vielleicht mal heilen sollen. Ey. Mist. Kack. Dreck. Scheißen. Mist. Arsch. Oh. Wenn nö. Aber gut. Wie war das nur tote Helden können zu Legenden werden? Muhahaha. So. Laufen wir halt jetzt wieder da rüber. Mensch. So. Kann ich helfen. Was sie da getan haben. Bitte schön. Vielen Dank. Also bin ich noch mal. Steht hilfsbereit. Ja genau. Steht hilfsbereit. Steht hilfsbereit. Will ich wohl sagen. Meine ich. Hach. Hey je. Ich merke schon, dass wir den Sprechen klappt heute wieder sehr gut. So. Dumm. 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 Boing. Hopp. Und weiter geht's. Aktives Eckerweg nahe geortet. Okay. Okay. So. So. Hm. 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 Ah ja. Da sind sie ja schon direkt. Komm her. So. Wollt eigentlich auf deine Flasche schießen. Bereit. Na. Wo sind denn hier die anderen? Da drüben. Alter. Dein Arsch ist infiziert. Na. Ach da. Da drüben. Oh fuck. Dreckswichser. Ich hasse sie. Okay. Ihr seid ein paar von den guten Jungs. Ey. Gehst du wohl aus der Deckung raus? Geh doch. Uiuiui. Da sind ja die Nächsten. Oh Gott. Das ist ja noch ein dicker Typ hier. Huuu. Jetzt aber. Geh. Äpah. Hehehe. Ja. Ich habe nicht herausgefunden wieder wie man springt. Und das gefällt mir. Au. Alter. Bist du wahnsinnig? Na komm. Zeig dich mal. Ui. Fuck. Ich habe ja mein Geschütz gar nicht mehr. Na. Come on. So. Kriegt halt mal eine Granate in den Arsch geworfen. Au. Lässt du den Scheiß sein? Lässt du den Scheiß sein? So. Come on. Du bist als erster dran. Jetzt kommst du dran. Uiuiuiui. Alter. Was machst du hier? Hau ab. Wuhu. Jetzt aber weg hier. Jetzt aber weg hier. Jetzt aber weg hier. Uiuiuiui. Uiuiui. 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 Uiui. Uiuiui. Come on. Au. Muss ich nur lang genug da drin halten. Haha. Call me the master chief. Komm. Was hast du mir fallen lassen? Wenigste geile Waffe? Nö. Natürlich nichts. Was mich besser macht. Willst du mir fallen lassen? Fritscheid. Nun Moment shine. Uiuiui. Na ich hoffe mal die Mission wird äh nicht ganz so schwer. Pappt in der nós. euch mache ich auch noch kalt wartet mal ab so ihr idioten immer wieder ein bisschen ab reagieren hier hat soll der geiz ist ja nicht wie bei armen leute so ist mir erst mal gucken was wir hier machen müssen das kann doch schon nicht gut enden zentrale ruft alle einheiten in tenderloin zivilisten an der 21 einen einbruch der wasserversorgung jemand muss das prüfen ja die mission hat man schon die ich dachte dass die jetzt wäre hier oder doch doch auch ui 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 ua so dann würde ich auch noch grad dann hoffen wir das ganze scheiß hier gut geht ohne weste die mich besser macht das ist doch mal was wert hier in winter weste weste die besser macht muss ja für irgendwelche mods natürlich nicht aber jetzt wird mir angezeigt dass die andere mich besser macht ach so die machte meinen schaden bisschen noch ein bisschen das gut ja aber die haupt meine fähigkeiten stärke ganz schön runter okay dann bleiben wir mal hier auf der weste so ja ja warnung warnung andere sagen also so so ey so so wollen wir uns auch noch wo schießt denn hier noch einer ach da so Sacknase so so dann wollen wir uns den wasserdruck mal wieder herstellen hier so sehr fein sehr fein oh nice medipack hoppala so ihr dudes ja kommt mal her ihr was soll denn die nimmsten fangen direkt witz scheiße hier du dort kommt schon ich muss doch die wasserversorgung wieder herstellen wo denn ach ja klar auch noch da drüben hoch wääh scheißidee scheißidee echt miese idee heilung bewegung 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 noch schneller noch schneller wow wuhuu ihr penner komm erst mal schön nachladen hier ja falsche taste medipack reingelassen und wasserversorgung wieder herstellen sehr nice so die packnase schlau dauernd und hopp hi 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 huah hau 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 du bist ein toter mann so dich haben wir eingesammelt was haben wir ey was haben wir hier noch nur ne kiste oder oah nur ne kiste ne wir aber mit und das wieder herstellen und ah ja, okay verteidigen oh, das war's, okay, sehr schön ich hab das ein bisschen stressig in Erinnerung gehabt aber dann hab ich das wahrscheinlich verwechselt naja, sehr Hauptsache ist, die Mission ist erfüllt mehr wollen und brauchen wir nicht ähm, was haben wir jetzt noch übrig ach genau, hier die letzte Kampfmission hier unten sehr schön, sehr schön wenn wir grad nochmal rüberlaufen das ist glücklicherweise ja nicht so weit wie lange sind wir ja schon dran hier ja, 20 Minuten knapp dann können wir uns noch wenn ich nicht ständig überall dran vorbeilaufen würde können wir uns noch eine Mission können wir uns noch leisten solange wir sie nicht verkacken das ist auf jeden Fall eine wichtige Bedingung dafür und hoch wie aus dem stinkenden Loch hier mal raus erfasst ein Echo in der Nähe das freut mich für dich du Mischi so war's allerdings mal echt nice er wäre tatsächlich mal irgendwie eine Munitionskiste oder so keine Medipacks mehr da laufen gefährliche Irre rum da laufen gefährliche Irre rum oh, war da gut ja Leute, dann laufen wir doch nicht hier vor der Nase rum so, ich hab mal platt so, sehr schön ihr könnt ihr mal aufhören hier rumzulaufen wie so ein paar Idioten so, machen wir halt mal davor gehen so, machen wir halt mal davor gehen uiuiuiuiui einmal schön hier um die Ecke gehen wow, 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 wow und da rauf gehen hallo, dude hey du entkommst mir nicht, du sack aber jetzt mal nachladen ja, ich wäre vermutlich nicht so auf eine Munitionskiste angewiesen wenn ich nicht so diesen Irre hier rumballern würde ach was so ein Blödsinn ey alles nimmt so ist fein oh weia hui wir haben ein bisschen verstecklen hier so, haben wir dich platt ein bisschen nach vorne hey, hey, hey hast du nicht gedacht, dass ich nur durchschießen kann, hä falsch gedacht, Meister so, dich öffnen wir mal oh, ein bisschen Werkzeug, sehr schön da wollen wir hinter äh, wo seid ihr denn? ja, hier, 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 hier Ja klar. Wohin denn, bitteschön? Zum euch der Welt, oder was? Na ja, wir haben ja Zeit. Ja, Medipack haben wir auch wieder eins gefunden, so wie es ausschaut. Das ist schon mal sehr gut. Das kann man auf jeden Fall gut mit leben. So, dann holen wir das andere auch noch grad zurück. Oh, come on. Kommt hier ja schon wieder so ein schreiender überher. He he he. Ja, das kommt doch, wenn man einfach so auf zugelaufen kommt. Na? Oh oh. Uhuhuhu. Kommt schon, das geht besser. Ja, 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 komm, halt raus. Uhuhuhu. Uhuhu. Okay, komm, jetzt reicht mir. Oh, komm, jetzt gehen wir doch hier nicht so auf die Nüsse. Doch. Im Ernst, du lässt das sogar ein bisschen Heelung fallen? Heelung. Ja, Heelung ist auch ein geiles Wort. Und meine da. Mission jetzt erfüllt. Uhuhu. Oh, der hat ein zweites A-Fach bekommen. So. Ey. 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 Pennert. So, dann haben wir die Mission auch noch fertig. Wunderbar, wunderbar. Ein bisschen alles einsammeln hier. Medipack zum Sondergeschiss gedöhnt. Und eine Waffe, die uns aber nicht besser macht. Schade. Was haben wir hier vorne noch? Irgendwas, was voll ist. Und. Ah ja, noch ein bisschen Munition. Munition nehmen wir immer mit. Goodie. Dann. Gebiet. Abgeschlossen. Zumindest, was die Missionen angeht. Dann wollen wir gerade noch schnell eine Schnellreihe sehen. Und ich kann mich nicht dazu von euch verabschieden. Ich sage einmal wieder herzlichen Dank. Selbstverständlich. Dass ihr mir zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt nur ein paar kleine Nebenmissionen waren. Und nichts mit der Story oder sowas zu tun hatte. Aber. Die müssen immer auch sein. Die gehören ja schließlich auch mit zum Spiel dazu. Und. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal. Wenn es wieder heißt hier. So bum bum und bam bam. Und dann sterben. Und dann sterben erst die anderen. Zumindest läuft es so meistens bisher ab. Und. Gut. Dann. Alle. Euch allen noch einen schönen Tag. Und haut rein. Tschüss.